willkommen zurück ein rundes kam also ich bin rüber gelaufen habe meine tasche noch leer gemacht so halbwegs wie es ging das haben wir alles eingesammelt schon mittlerweile noch ein bisschen was drin damit nicht verschwindet nun gehen wir doch rüber werde ich mal meinen alles klar mach langsam was ist mit dich was hast du denn wo drückt es denn wird doch eine vollblase ich wisse auch nicht hat euch wie eine blasenentzündung naja komm geh lieber an den baum und so weiß der wie immer wie es ist ja klatsch ging aber schnell auch eine strände zu heißen für dich ja mal langsam mal einen platz suchen zum bauen das muss man ja mal langsam schreck mich nicht so gut doch jetzt schon was ist los zum bieten na mit maus hier immer nur noch nahe liegen naja jetzt auf irgendwelche mods wartet oder was weiß ich macht euch so ein panel und dann könnt ihr genauso mit der maus interagieren wie jeder andere auch nur Uhrzeit finde ich immer hier nicht wo steht denn hier nur Uhrzeit aber wie spät es eigentlich ist gibt es gibt es das hier überhaupt oder gibt es das hier nicht da steht auch nur mein Rang und unten ist mein lebensfolgen und so da steht noch Kult und DALALA und Kontostand und Rang und ja Uhrzeit da 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 ja keine Worte halt da wo aber du hast ja jetzt schon wieder ja du hast ja gerade eben gekriegt rechte wohl nicht oder was hängt dran Zombies an so oder nö nicht dran wobei rein Wo bist du? Da hinten. Mit Keuler aus, wenn dann. Uh. Uh. Ich hab dir gesagt, nicht immer gegenrennen, warten, Junge. Oh, da kommt noch wer an, Gott. Hm. Oh, nimm mal. Noch jemand? Machst du das? Wem war es eigentlich abends, ne? Oh, was heißt denn, wie schick ist? Ah, na ja. Nisch in Rosandes. Uh. Wo sehe ich ihn? Ja. Da ist ein Kugelschreiber. Ein Stift. H-Klammern. Ohne Schöner sein, das sag ich mal. In dem Haus waren wir drin das letzte Mal, ne? Na, ich hab's mal außen eingeloggt. Da drüben waren wir, glaub ich, auch drin. Aber da gehen wir mal üben, nein. Soll ich noch einen Schubkarre finden da drin. Wie soll ich denn das machen? Was denn hier? Ein schnelles Ortchen, ja. Soll ich noch was drin hier? Hm. Nein, können das auch in der Klopperperrolle oder so halt liegen lassen. Nichts. Na, die werden wir brauchen. Halt falsch, so rum. Hörer, komm hier. Mann, da kriegst du ja gleich ein Stückchen Stroh in der Kusche. Ja, wofür hast du mit dem Magenknurren? Oliven hast du ja noch gar nicht. Was hast du denn jetzt schon wieder? Hast du mal große oder was? Ähm. Mal hier hinten den Decke hinein. Nee, ähm. Noch einen leeren Morgen hast du. Hm, okay. Das zeigt doch quasi auch so ein, als würde er euch nicht schmerzen. Wo soll ich denn jetzt was zu essen her zaubern, so auf die Schnelle? Ein Puls nimmer mit, hab ich mir gesagt. Feigen und so, wie gesagt, das muss ich erst mal eine schöne Stelle zum Bauen finden. Dann wäre ein Auto oder irgendwas nicht verkehrt. Von mir aus auch ein Fahrrad oder Motorrad oder... Kriegt man die Fensterräten eigentlich auch auf? Nee. Schade. Hm, haben wir doch schon. Ach nee, so ein paar Häusernhut ist das, ne? Hm, das kommt mit dem Auto, wie könnte ich ja. Was wären wir hier schon mal gewesen? Oh, die Häuser eh nenn sicher, ne? Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja, das ist wie eine Kneipe. Da könnte ich was zu essen geben. Mit viel Glück. Und was zu trinken. Hm, hm, hm. Wodka, das kann man doch hier zum desinfizieren nehmen, ne? Das ist nicht Geld auf dem Tresen oder was? Hm, komm mal hin. Jungen, wir werden mal stinkreich jetzt. Eine leere Chlorpirolle, auch eine leere Chlorpirolle. Was war los hier? Könnte es vielleicht eventuell mit viel wenig Glück. Na, guck mal hin, eine Möhre, na also, Mordensauce, noch die Nudeln dazu, du hast jetzt eine Möhre gekriegt, also mal gut, das ist nicht nur gut. Wunderbar, da streich jetzt auch mal nur genug, ne? Nehm ich nicht mehr mit. Guck mal, da haben wir ein Messer. Hm. Da war schon eins. Okay. Oh, da dreht sich jetzt auch ein bisschen schneller, das habe ich so eingestellt, ne? Ja, ich spiele hier im Sitzen im Moment gerade. Da ist nicht viel, hier mit stehen und sich im Kreis drehen. Entschuldigung. Ja, denn ich will, dass sich das Körbel in meinen Stuhl wickelt. Können wir das auch machen? Ja. Ja, so drehen, ne? Das geht ja auch. Hm, 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 hm. Ja. Das ist auch wesentlich gewesen hier, oder was? Na, hier springst du mir nicht raus. Blup. So, ja nun. Und dann, was? Ja, ich will. Ja, ich will. Das war ne... Das ist wirklich gar Schärme gewesen. Was gibt es denn hier? Ja, guck mal, ich will so. Hm, natürlich nischt. Ach, da denn sind das. Ja, 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 ja. Kann man nicht liegen? Ja, ja, ja. Kann man auch nicht looten, okay. Wo schon mit einer Keule raus ist? Ich bin mir nicht sicher, ja, ne? Schick ist es ja, ne? Wupp, also... Schicki, schicki. Hallo. Oh, den sollst du ja nicht verloren haben. So, der Kühlschrank ist ja immer... Oh, oder? Kann man den... Kann man den Zooloop oder was? Ja, wenn den da öffnen, das ist ja schon auf... Also, das ist nicht drin, okay? Ja, ähm... Ja, ähm... Hallo, Fahrendenschuh. Hose haben wir aber schon, ne? Kann man zum Fetzen da schneiden. Reicht's. Steile brauchen wir immer. Na ja, komm, die würde ich da lassen. Ich kann jetzt so viel Stofffetzen schneiden mit den Klamotten, die wir eingesammelt haben. Oder ich noch ein Stück Seife. Braucht ein Auto und nicht Seife. Das ist keine Kühl... Keine Waschmaschine hier, oder was? Dann wird noch ein Rucksack. Dasselbe wie den machen wir haben, ne? Na, verkaufen? Oder was weiß ich. So, ähm... Was ist denn bei Gucken? Ich hab da so eine billige Tür hingemacht. Und... 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 Aus. Ja, wenn es gehen würde. Oh, ne tolle. Das ist mir immer so schlecht Kollege. So, jetzt ist das wieder besser. Tja, weil doch nichts großartiges ist. Da müssen wir heute nicht noch an der Rote überrascht werden oder so. Da sieht man sogar jede Maserung vom Rahmen. Schicki, schicki. Hier ist eine Maschine. Da steht doch aber was auf der Spüle. Wieso kann ich das nicht mitnehmen, Alter? Das nehmen wir mit. Da steht auch noch was. Sowas wie Alter, oder sowas. Halligen lassen, das ist alles. Haben wir alles schon. Tja, da gab es dann auch wieder nichts. Ich höre jetzt jemanden. Oh, da gehört gerade wieder jemanden. Nicht? Hm? Täterpupp. So, Klammern. Und noch ein Container, das muss ich ja auch noch machen, ne? Klöterknöpfen und so. Entschuldigung. Das muss ich ja noch einstellen, glaube ich. Oh, das muss ich ja noch einstellen. Oh, das muss ich ja noch einstellen. Oh, das muss ich ja noch einstellen. Ich habe ja noch ein bisschen zugemacht. Eco, ein Eco-Klimagerät. Wann soll höre ich sein hier, ne? Man weiß ja nie. Hier. Komm mal hier rein. Äh, also geht doch. Hm, davon haben wir eigentlich auch schon, ne? Äh, also... Oh mein, ich habe ja noch von. Aber... Sortieren, wie gesagt, können wir ja immer noch. ... Mal sehen wir auch schon. Mit einem Widerlocken. ... das ist fast genau so viel 3 kg, hallo? ja 4 kg sich Lumpen zerteilen, hier im Inventar öffnen da war es hoch da 10 kg hier unten rein hier wird alles schon offen auch schon das war das für ein Bild mhm alle Mühle du hast mir solche Bilder dahin hängen, wo uns in der Bude nehm ich mit mal nähen müssen und sorry, falls jetzt irgendjemand bei Twitch schreibt oder so ich habe den Chat jetzt nicht an muss ich hier reinbinden hier ins Spiel werde ich mir auf den rechten Controller machen der linke Controller ist ja schon belegt ja ja was geht es denn noch für raus, wenn es ja sowieso nicht schlippt ich will es nicht so beschreien nehm ähm oh mal eine andere, eine andere Bude ne das war nicht eine andere, können wir freuen ne wo ich gefragt habe, was sie da in die Ecke stellen schon in der Schuhschrank hin ne huch oh die waren wir ja auch schon drin ne Weihnachtskugeln das will ich mit Weihnachtskugeln spiele Auto Motorrad Fahrrad irgendwas so da war ich in die Werkbank kann ich die benutzen dann hm natürlich nicht haben wir noch schon halt heute heute ähm ähm mhm oh ich sehe aber keine Auto weit und breit also bis hier hinten waren wir doch schon, oder? ähm ähm ja ne also hinten waren wir doch schon, ja ja genau da drüben sind wir doch rumlaufen ähm äh 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 wie kommen die denn da ein? das ist ja gar keine Tür äh ähm na gut das ist ein ferngesteuertes Boot äh das ist ja jetzt schon gedacht das hätte ich gedacht, aber fällt mir rein ja wäre das richtig für dich ja 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 äh ja 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 wir haben das auch schon drin ja 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 wir haben das auch schon drin ähm 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 da haben wir nicht drin wie gehts nicht gut, ich brauche Medizin noch muss ich selbst bedienen, oder was? eine färre ne da ist mir ist uns das Ludglück nicht holt hier oder eine Hose Jäns nicht die Jäns, sie werden nicht mehr drinnen hier du hast du hast das ist Hier werden sie bestimmt noch mal auf der Pause hier. Da ist ein Luftladner, aber das bin ja ich. Da steh'n die Kartons ja immer, wenn sie leer sind. Was will ich denn da damit? Wie sieht das denn da? Ich zieh' das sogar an. Das ist so. Oh, ein Luftverband, da ist gut. Hallo, kann man nicht looten? Nee, kann man auch nicht looten. Oh, viel gab's nicht hier, ne? Ich zieh' den hier rum. Tabletten. Aha. Ja. Und die Beauty-Car. Na, kommen wir an. Vitaminpälen. Na komm, nehm mit. Wie gesagt, Klamotten rausschmeißen können wir immer noch, aber ich nehme sie auch schon mal mit, ne? Zum Lumpen zerteilen und so. 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 Mal Tatteln essen, ne? Mhm. Und jetzt gehen wir einfach mal hier gerade aus. Oh. Wieso läuft? Wieso läuft denn? Warum läuft denn da ein Roboter rum? Ähm, mhm, hab ich jetzt richtig gesehen? Das war ein Hobby, ne? Das war ein Hobby. Zwei. Ist doch ein Werkgebiet hier, oder was? ja aufregendes was hast du denn was ist denn los ich kenne jetzt aber nicht die seiten ja noch Bist denn du jetzt wieder hergekommen, du Krächt? Lauf zu, Junge. Der Kollege will aber auch nicht laufen. Wieso läufst du nicht? Jetzt lässt mich doch einfach hier alle in Ruhe. Was ist denn mit deiner Keule los? Wieso hast du die Keule weggetan? Na schön. Naja, mein Arsch dort tot. Na prima. Na gut, dann sehen wir in unserer nächsten Folge wieder. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Na gut, bis zum nächsten. Kriegen wir doch hin, irgendwie.